so geht es natürlich auch dann machen wir erstmal das weil wir müssen ja uns ja erstmal schnellstmöglich heilen dass man fällt mir jetzt angegriffen werden nicht gleich sterben so denn das sind alles die würden uns alle sofort angreifen die fischer ja wir sind jetzt hier im windturm sich wir müssen jetzt dieses scheiß dieses vieh suchen halt diesen feuer da ist oder was das jetzt sein wird der würde hier irgendwo rumschwimmen rumfliegen ja hier drauf fliegen da komme ich nämlich wunderbar hin so schön wäre es wenn ich mich jetzt unsichtbar machen könnte und den suchen würde aber das geht ja leider nicht schön an luft geist ach ne so 32 so ok windgeist voll windgeist ach hier ist ein letztes voll luftgeist beschützer des feuerschlüssels ist hier jemand ne 2 das ist aber blöd wenn du hier stehst weil da ziehen wir bloß noch mehr leute an das muss ja nicht sein weißt du so das ist kein gültiges ziel so dann nehmen wir hier nämlich das das und das das ist die frage wie kommen wir jetzt hier zurück ähm wir müssen ja auf jeden fall feuerschlüssel windschlüssel wassertammer schlüssel äh kommt jetzt hier irgendwie schnell möglich wieder zurück das ja und die schock mutis des laufens die top verteilt auch ist so ein windes ne morheim wir machen mal schnell nach morheim weil ich bin jetzt hier zu faul das wird groß auch der feuer tun wir das lustig ich bin jetzt nämlich zu faul als hier ewig äh wieder zum ausgang rum zu laufen außerdem müssen wir ja eh zum zum den zu den handelsagenten da wollte ich nämlich mal gucken was so eine bessere rüstung kostet aber naja das wird man am ende doch nicht uns leisten können weil so viel geld haben wir jetzt ja nimmer lebensmittelhändler jetzt geht die suche wieder los ich weiß nämlich nie wo die dinger sind äh so ich weiß nie wo die sind hier ist ein gemischt worden händler aber ich glaube eigentlich die kam später hier werden sie auch nicht drin sein die waren wenn dann nicht hier sondern woanders aber laufen trotzdem ab weil hier ist nämlich niemand drin doch hier sind sie handelsagenten beauftragen jetzt verkaufte gegenstände ja 40.000 kaufen wie viel geld habe ich noch 888.000 ist ja nicht gerade so viel können wir um was verkaufen hm ja die kann ich ja nicht verkaufen aber vielleicht habe ich noch vielleicht habe ich ja hier drüben noch was wenn ich jetzt weiß wo mein laderverwalter ist wo acht dort drüben ist er ähm lagerverwalter 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 also scheiße hat er nicht hat nicht geklappt da können Performance ich nämlich mal gucken ich mache jetzt immer würfel 2 ja muss ich hier bestえば wünschlerahlen ein man das hier oben und sie das so schon optisch aus handeln nicht möglich zehn gebunden warum habe ich denn so etwas blöd ist so doof so blaumähnen trikot ach so dass ich nur in zwölf euro gegenstände das müssen wir machen das nehmen wir uns auf einmal mit unsere schon jetzt mal gucken seelen gebunden so jetzt müssen wir mal event event das war das ätherpulver mit hier rein für die hausbewohner handel nicht möglich spiel mann ausstrahl mann ausstrahlen das nehmen wir mal mit das sind wenn sie nicht wegkommen im haus ist hier im wofen 3 die können weg die können weg und können es ist ja 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 der probiert die ah ist er schön so den brauchen wir doch auch nicht die haben wir jetzt auch weg ja so was haben wir denn hier ja notwehrsplattenstiefel die kann man jetzt auch wegkauern also müssen wir erst hier rüber ja das brauchen wir jetzt nicht was sind das äh für seelengebundener edel gegenstand ist der jetzt schon seelengebunden oder nicht der war sehen wir nun möglich und das ist schon seelengebunden dann brauch ich den auch nicht mal äh essenz schüfte äh mannerstein event mhm mhm ach der Rest ist noch nicht ok jetzt hier ring dich brauche ich ja auch nicht mehr das wäre auch weg warte ich hauen wir hier auf jeden Fall mit rein äh würfel 3 haben wir hier weg schleier des gebaden so das haben wir hier mit rein mhm das weiß ich nicht das haben wir mal ein bisschen extra werden wir bestimmt gegen Käufer finden für so einen scheiß gut gut manchmal ist es doof so und das müsst ihr ja endlich naja das können wir jetzt auch weghauen da so und hier haben wir wieder ein bisschen Platz drin mhm hm hm was will ich ja alles für Müll reinhauen eigentlich vorhat wenn er kann ja gleich wie ein Vorraisein und die auch mal hier bis über und drüber und dann können wir das Nämlich schon wieder hoch hauen so haben wir hier noch etwas was wir jetzt hier rein haben handel nicht möglich reich bleibt dass wir hier drin okay dann müssen wir jetzt hier rüber gehen wir mal zu den handelsagenten jetzt als erstes mal das eingeben lederhandschuhe des waldes geben wir mal suchen ich bin sehr toll nur das hat in 30 16 44 oder ist etwas besondere oder ist es ich nehme so ich weiß es meint auf gewohnt weiß drücken muss die verkaufen wir einfach mal für was weiß ich genau müssen wir überlegen das machen wir gleich verkaufen nehmen wir die hier und sagen hier einfach mal 10.000 das ist zwar weiß ich nicht kaufen so und jetzt geben wir mal ein hier stoffschuhe der toten dorf schuhe der to das mit t oder mit ja und kann man mit beiden schreiben soweit ich weiß der toten ok gibt's nicht ich gebe es mal stoffschuhe ein das antreifers für 700.000 ihr seid doch doof das ist ja stufe 17 stufe 4 ihr seid doch doof entschuldigung äh gehen wir hier mit was weiß ich die gehen hier mit 100.000 gehen wir hier mit 80.000 rein ich gebe mal schuhe schuhe tot 80 123 so jetzt geben wir hier stoffhandschuhe stoffhandschuhe sehr toten gehen sie mit 30.000 rein ja da gehen wir hier mit hand ist tot gehen wir hier mit was weiß ich damit man es loskriegen 28 123 oh jetzt habe ich nein ich habe jetzt lecker also und jetzt geben wir hier schleier der lefer wir geben hier einfach mal schleier ein schl schleier was nein